Der Nordwind und die Sonne Einschritten sich Nordwind und Sonne wetteten beiden, wo der Stärkere wäre. Als ein Wanderer, der den warmen Mann gekümmt war, des Weges kam, sie wurden einig, dass derjenige für den Stärken gelten sollte, der den Wanderer zwingen würde, seinen Wanderer abzulegen. Der Nordwind blies mit allem Mann. Aber je mehr er blies, desto besser fühlte sich der Wanderer in seinen Wandel ein. Endlich gab der Nordwind den Kampf auf. Nun erwärmte die Sonne mit ihren Freundinnen schreien und schon nach wenigen Augenblicken zog der Wanderer seinen Wandel an. Da musste der Nordwind zugeben, dass die Sonne für den beiden der Stärkere war. Dida zur Lüge und solche King mit seiner Wanderer ne. Untertitelung des ZDF, 2020